Ich weiß noch nicht, was ich sagen werde, als Einladung ab. Lambrusco! Lambrusco di Sorbara aus guter Modernesik. Modernesik ist eine Stadt in Italien. Er ist direkt neben Stronson-Storico. Er ist eine Konsortio Marchio-Storico. Er ist Lambrusco, er ist gut für Lam, er ist gut für Lambru und er ist gut für Lambrusco. Lambrusco bedeutet auf Deutsch, Italiener sagen so Lambrusco, Lambrusco. Aber Lambrusco ist gut. Er ist nicht nur gut für Potenzien, sondern auch gut für Herzi, gut für Neppelski. Und Lambrusco ist einfach nur Vino Fritzante. Fritzante Vino. Er ist die Origine. Er steht hier, das ist alles bei den Frauen, die trinken und, nein, die trinken nicht, die essen Weintrauben. Und du kannst Weintrauben essen oder die Flasche essen, so wie du magst. Aber du weh, aber du weh, du hast nicht die Chance, wir machen erst eine FSK-Acke. Lambrusco, Vino Fritzante. Ist er abfüller? Abfüller moderna. Moderna ist modern. Modern da. Moderna ist moderna. Da ist moderna. Moderna. Ist er in Italien. Ist er flasche. Flasche gut, flasche voll. Flasche leer, nichts gut. Flasche leer, nichts gut. Flasche voll. Flasche voll. Wenn du flasche voll. Du flasche mehr leer machen. Flasche leer ist, du nicht machen voll. Also du pinkel rein mit einem Lambrusco. Lambrusco, weil er getrunken hat. Da wird Lambrusco wieder füllen. Aber es ist sehr wichtig, dass er... Ah, guck mal. Ist er fein. Kann man die Fein erkennen? Fein ist sehr wichtig in Italien. Wir wissen nicht, wo Retto links ist. Weil in Italien ist alles einfach nur so. Immer geradeaus. Ist die Autos keine Kreisverkehr. Weil Kreis ist ja Reckes. Und keine Kreisverkehr. Die nehmen einfach nur Runddinges. Runddinges, wo wir fahren. Und ich sehe, alles super. Und Italien hat die hübscheste Frau in der Welt. Oh, die Nippe. Die ist in Lambrusco. Lass mein Lambrusco in Ruhe. Mamma mia. Ay, salut. Italien ist die hübscheste Frau. Ich sehe, du brauchst nicht trinken Lambrusco, um zu sehen, wie hübsche Frauen sind in Italien. Du brauchst einfach nur... Maken auf Augen. Maken auf. In die Ohren. Und du sehe das alles sehr relativ. Relativ. Sein oder nicht sein. Das frage mich die Flasche. Die Flasche. Die Flasche. Die Flasche. Ich frage mich die Flasche. Flasche. Mi Flasche. 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 Ich sage... An alle Menschen da draußen. An tutti. Wenn ihr das seht. Mit euren eigenen Augen. Mit dem Herzchen. Nicht mit dem Lambrusco. Hey, Mini. Ich bin hier alle Zähne. Du musst machen so. Du musst gucken. Bitte mit dem Herzchen trinken. Nicht mit dem Kopf trinken. Sondern mit dem Herzchen. Herzchen ist Lambrusco. Hände nach hinten. Hände nach hinten. Was? Was? Ich habe kalte Hände. Ich sage so. Ah, ja. Du mache es so. Ja, was soll das? Ich habe... Hallo. Ich habe gerade versucht zu... Leidenschaft. Leidenschaft. Also Lambrusco ist gut für dich. Herz. Genau. Herz ist da. Da ist kein Herz. Da unten ist Verlängung meines Gehirns. Ich sage... Gut für dich. Für dich. Herz. Für die Liebe. Amore. 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 Grazie.